Die gute Nachricht vorneweg, die Cannstatter Kurve bekommt ein Teil ihrer Stehplätze zurück. Also beim jetzt anstehenden Spiel gegen Leverkusen werden 3500 Glückliche wieder in der Cannstatter Kurve stehen dürfen. Im Auswärtsblock dürfen 1000 Leute stehen und das ist erstmal eine gute Nachricht, wie ich finde. Außerdem muss man sagen, hat der VfB eine gewisse Eintrittspreiskorrektur vorgenommen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, nach dem Spiel gegen Fürth haben wir ja auch im Podcast darüber gesprochen, dass die Eintrittspreise schon relativ deftig waren und es gab ja auch relativ viele freie Plätze, sprich Karten, die man nicht veräußern konnte für das erste Spiel nach der Corona-Abstinenz der Zuschauer, wenn man das so nennen kann. Und jetzt muss man sagen, hat der VfB sich da wie gesagt nochmal so ein Stück weit bewegt, die Preise etwas gesenkt. Es gibt inzwischen auch einen Dauerkarteninhaber-Rabatt, der aber ich glaube nicht ganz so fair ausfällt. Also wir können es mal kurz so zusammenfassen. Gegen Freiburg wurden die Ticketpreise deutlich gesenkt, jetzt wurden sie wieder leicht angehoben. Genau, und die regulären Preise wurden stärker angehoben als die Dauerkartenpreise und deswegen gibt es jetzt einen Rabatt für Dauerkartenbesitzer. Also es gibt einen Rabatt, aber der ist halt dann doch relativ künstlich geschaffen. Ja, also es ist jetzt immer noch nicht billig ins Stadion zu gehen, muss man dazu sagen. Aber Sebastian, wir wollen das Positive vorwegstellen. Die Stehplätze in der Kantschner Kurve ist der erste richtige Schritt, denke ich mal, dass man dann auch wieder diese Kurve voll bekommt. Und die Frage, die ich dir eigentlich stellen will, ist, wann sehen wir denn wieder volle Stadien? Also kannst du dir vorstellen, dass man da jetzt Konzepte entwickelt und dass man vielleicht sogar noch in diesem Jahr wieder volle Stadien miterlebt, so wie es ja zum Beispiel in Italien oder in England der Fall ist? Ja, keine Ahnung, aber ich gehe da schon mit, auch mit den Ultras, die dann gesagt haben, wir brauchen irgendwelche Perspektiven. Und die fehlen mir dann tatsächlich auch ein bisschen. Also dass man irgendwelche Modelle entwickelt, dass man sagt, okay, wir machen ein 2G-Modell oder wir machen irgendwelche andere Modelle. Aber das ist ja die große Frage, die dann auch die DFL dann vermutlich beantworten muss. Also wann wieder volle Stadien und unter welchen Bedingungen. Aber aktuell scheint es ja so zu sein, dass man sich irgendwie von Spieltag zu Spieltag hangelt. Und also das würde mich dann auch tatsächlich interessieren. Also unter welchen Bedingungen kann man die Stadien wieder voll machen? Und man sieht ja, es geht ein bisschen was. Und natürlich, also wir haben immer noch Corona, immer noch eine Pandemie. Viele sind geimpft, viele sind noch nicht geimpft. Und da würde mich dann auch interessieren, unter welchen Bedingungen man dann wieder das Neckarstadion voll machen kann. Aber ich kann es dir nicht sagen. Und ich würde mir wünschen, dass irgendjemand von denen, die in der Verantwortung sind, uns nicht sagen, wann, aber uns sagen, unter welchen Bedingungen das möglich wäre. Ja, ich vermute jetzt einfach mal, dass sich natürlich die Bundesliga-Vereine, also die 36 Bundesliga-Vereine dann irgendwie wieder zusammentun möchten, dass da jetzt keiner nach vorne geht und sagt, so bei uns ist jetzt das Stadion voll. Ich glaube, so einfach ist es auch gar nicht möglich. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass da jetzt mal irgendwann ein Konzept vorgestellt wird. Weil diese Rufe nach einem Konzept, die werden ja jetzt nicht nur in Stuttgart lauter, sondern das hörst du eigentlich am Rande jedes Bundesliga-Spiels aktuell. Ja, vor allem haben ja manche Klubs ja auch schon 2G-Regelung, also genesen oder geimpft im Stadion, etabliert einfach. Aber die dürfen ja trotzdem nicht mehr Leute in Stadion machen. Und die dürfen trotzdem nicht voll machen, genau. Und da muss man natürlich schon fragen, warum? Also warum können jetzt nicht Genesene und Geimpfte ins Stadion so viel wie wollen? Also das kann ja Gründe haben, ja, die können ja auch legitim sein, aber mir erschließen die sich halt immer noch nicht so richtig. Also ich verstehe weiterhin, dass es dem einen oder anderen mit Sicherheit schwerfallen wird, einfach wieder ins Stadion zu gehen und sich da in eine vollbesetzte Cannstatter Kurve zu stellen. Das ist so eine persönliche Präferenz, vielleicht auch ein bisschen Angst, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber für mich ist eigentlich klar gewesen, wenn ich jetzt mich impfen lasse, dass ich dann erstmal safe bin, also gerade dann auch draußen. Und ich verstehe natürlich auch, was nützt es dir, wenn du jetzt 58.000 Geimpfte oder Genesene im Neckarstadion hast, die dann anschließend in den öffentlichen Verkehrsbetrieben irgendwie sich dann doch wieder mit Nicht-Geimpften mischen und wir dann volle Intensivstationen haben. Aber auch das ist ja jetzt aktuell noch nicht wirklich absehbar, dass jetzt die Intensivstationen also direkt wieder voll sind. Deswegen, man könnte ja jetzt sich mal Gedanken machen und auch Dinge probieren, weil jetzt hast du noch so ein bisschen Puffer, also oder ist das zu zynisch von meiner Seite aus? Nee, denke ich schon. Und du musst natürlich auch irgendeinen Weg finden für Leute, die sich nicht impfen lassen können. Also auch die gibt es ja, die würden sich gerne impfen lassen, aber können es nicht aus gesundheitlichen Gründen. Aber die können halt nicht ins Stadion. Ja, aber ist halt die Frage, schließt man die wirklich aus? Ja, wenn ich mich nicht impfen lassen kann gegen Gelbfieber, kann ich halt auch nicht nach, also... Nee, zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Eptileptika. Also und wenn die sich impfen lassen, dann gehen die ein großes Risiko ein und für die ist das Risiko, an Corona schwer zu erkranken, niedriger als durch die Impfung Schaden zu nehmen. Und wenn da jemand ist, der ist ein großer VfB-Fan, dann schließe ich ihn aus. Jetzt kann man sagen, ja, das sind halt ganz wenige Einzelfälle, aber ich finde auch die muss man berücksichtigen und man darf halt eigentlich niemanden erstmal ausschließen. Aber kurze Nachfrage zu deinem Beispiel. Ist es für diese Personengruppe nicht auch ein Problem, wenn sie an Corona erkranken würden? Also haben die dann nicht auch, oder könnten die nicht auch einen schwereren Verlauf dann, oder die Erkrankten einen schwereren Verlauf nehmen als jetzt bei komplett gesunden Menschen? Also ich weiß es nicht. Genau, ich weiß es auch nicht, aber... Das ist aber meine Vorstellung. Also ich denke mir halt so, okay, wenn du dich nicht impfen lassen kannst, muss ja irgendwie eine gewisse Vorerkrankung vorhanden sein, beziehungsweise du hast vielleicht mal einen Impfschock oder wie nennt sich das, wenn man eine Impfreaktion erfahren. Ja. Da gibt es ja diese heftigen Impfreaktionen mit Krampfanfällen und was weiß ich alles. Genau. Wenn du so einen Fall mal hattest, ist halt die Frage, okay, was machst du mit den Leuten, das verstehe ich. Auf der anderen Seite, um da jetzt wieder auf meinen Punkt zurückzukommen, denke ich mir halt, in so einem Moment sind das die Menschen, die jetzt dann auch ein bisschen Pech haben. Also, weiß ich mal, ich meine das gar nicht so abwertend oder sonst irgendwas, aber ich kann das ja nicht auf jeden Einzelfall Rücksicht nehmen. Genau, das ist ja die Sache. Also wahrscheinlich muss man auch in Situationen wie der aktuellen einfach sehr, sehr pragmatisch agieren und dann sagen, dann haben halt vielleicht ein paar Leute Pech gehabt, klingt jetzt total zynisch, aber aktuell ist es auch so, Kinder unter zwölf können nicht geimpft werden, das wird sich vermutlich im Herbst ändern, aber dann hast du halt auch keine Kinder im Stadion. Und da weiß ich nicht. Also, es ist wirklich, wirklich schwierig und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da nichts entscheiden muss, sondern halt fordern kann, dass irgendwelche Leute uns Perspektiven aufzeigen. Aber, dass sich die schwer tun, kann ich auch total nachvollziehen. Aber wie du sagst, wenn manche Vereine sagen, wir machen 2G und du kommst nur rein, wenn du geimpft oder genesen bist, warum könnt ihr das Stadion nicht voll machen? Also, warum nicht? Es ist echt ein brutal schweres Thema und ich schwank da immer mal wieder und denke mir so, okay, nee, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um die Stadien wirklich aufzumachen. Dann denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt manches Kaufhaus sehe zu gewissen Stoßzeiten, da denkst du halt, okay, also das ist wahrscheinlich eher ein Problem als ein Stadionbesuch, weil da eben Leute indoor auch noch aufeinander drauf sitzen. Also, ich war gestern am ersten Schultag, hatte mich meine Frau angerufen und hatte dann gesagt, du, wir brauchen noch einen Schnellhefter, kannst du den bitte noch mitbringen? Dann war ich im Drogerie Müller auf der Schlossstraße in Stuttgart und also, da war die Apokalypse, ja, da waren irgendwie tausend Leute, einer hat irgendwie das halbe Regal aus Versehen abgeräumt, ich bin mit meinem T-Shirt in einem Einkaufswagen von einer anderen Dame hängen geblieben. Es war so eng, also ich glaube, ungeimpft wäre ich sofort wieder rausgerannt, ja, also das war wirklich schwierig und dann fragt man sich halt schon, also es geht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, geht es so und wir müssen es doch irgendwie auch hinbekommen, dass es im Stadion geht.